Solus, Ihr Spezialist für Schließanlagen von A bis Z. Vom einzelnen Schließzylinder bis zur kompletten Schließanlage. Einfach oder komfortabel, rein mechanisch oder mit elektronischen Funktionen. Wir bieten die maximale Auswahl an hochwertigen Systemen der europäischen Markenhersteller. Ob Hauseigentümer, Hausverwaltung, Architekten oder Firmen, wir finden für Sie das Schließsystem, das optimal zu Ihren Anforderungen passt. Dafür bieten wir eine kompetente und umfassende Beratung. Gestützt auf unseren eigenen komplexen Schließanlagenkonfigurator können wir individuell auf jedes Detail eingehen. Mit Online-Beratung wie vom Fachmann im Geschäft. Alle sicherheitsrelevanten Merkmale, wie z.B. Bohrschutz, der Schließplan, die Kombinierbarkeit und die Einstellmöglichkeiten für Maße und Ausführungen sowie die Preise können direkt berücksichtigt und verglichen werden. Neben der auftragsgebundenen Fertigung beim Hersteller für neu entwickelte Systeme werden individuelle Montagen von Schlüsseln und Zylindern in unserer eigenen Werkstatt vorgenommen. Auch die Softwareprogrammierung und Webentwicklung für unseren Online-Shop werden bei uns im Haus durchgeführt. Regelmäßige Schulungen unseres Teams gewährleisten, dass Service und Beratung immer auf dem aktuellen Stand der Sicherheit gehalten werden. Solus. Wir liefern die Schlüssel zu Ihrer Welt.